herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der klemm baustein lyrik und willkommen in der sesam straße einem wie sollte es anders sein bei sowas 18 plus set darüber wird noch zu reden sein und auch darüber ja dass dieses set das ein oder andere anders macht als der ursprungs entwurf den ich hier noch mal einblende der war nämlich viel größer von dem fan designer ivan guero ja das hat man deutlich verkleinert dadurch preislich sicherlich auch etwas handelbarer es sind 1367 teile jetzt der ursprungs entwurf waren die 3000 preis 120 euro knapp teilpreis von um die neuen cent und es jetzt im november 2020 erschienen und es sind auch ein paar minifiguren dabei die gucken wir uns auch noch gleich natürlich detailliert an weniger als im ursprungs entwurf ein paar coole figuren fehlen leider und ja wer sich jetzt fragt was sind denn samson und tiffy der sei vielleicht ganz kurz an die geschichte der sesamstraße erinnert das ist ja eine amerikanische kinderserie ende der sechziger dort gestartet 73 bis 76 hatten wir in deutschland synchronisierte fassungen ab 76 dann eigenentwicklungen mit allerdings auch immer wieder ausschnitten aus der ursprungs sesamstraße und um diese ursprungs sesamstraße um die geht es hier nämlich das ist ein stadtteil oder straßenteil aus new york wo eben die ursesamstraße spielt wir sehen eine ganze menge aufkleber für ideas eher ungewöhnlich aber schauen wir mal ob sie denn passen wir gucken so dann steigen wir jetzt mal ein in die sesamstraße und man merkt vielleicht auch schon an der bild art das ist heute wieder mal versuchen ein bisschen was anderes zu machen so wie es teilweise bei meinen baubrichten ja auch schon gemacht habe nämlich mit dem handy das klingt erstmal nach quick and dirty at its best aber die idee dahinter ist da kommt man nämlich deutlich näher noch ran was jetzt die details auch angeht als zumindest bei dem objektiv was ich sonst verwende aber es soll hier nicht um das gehen sondern um das was dieses set hier ausmacht nämlich die sesamstraße und die leute die ja unseren live building stream geguckt haben die viereinhalb stunden die haben ja so gut wie alle schon gesehen aber noch nicht bewertet vollständig von mir deswegen gucken wir jetzt mal also was kriegen wir denn jetzt in den 1367 teilen wir kriegen eine sesamstraße das heißt einmal das haupthaus mit auch schildern und so das gucken uns gleich alles detailliert an und hupershop da zuckt der eine oder andere wahrscheinlich mit den augenbrauen und sagt sich habe ich doch irgendwie noch nie gesehen dann liegt daran dass ihr oder sie schon lange nicht mehr also die alte sesamstraße zumindest damals in den 70er nicht gesehen habt das war nämlich sozusagen die kulisse dies früher gab das sollte new york sein bzw ist wohl irgendwie ein sollten new yorker straßenzug nachempfunden und da leben eben unsere recken und das was vielleicht viele auch wirklich als das highlight dieses sets bezeichnen werden und dem würde ich auch mich anschließend sind die minifiguren da haben wir erstmal bibo hier da sehen wir das auch man kann es nicht sehen aber ich fühle es natürlich relativ weich gestalten also es ist natürlich er hat kein federkleid hier wirklich also ist nur angemalt aber ja es ist eher dieses etwas weichere wobei die flügel selber sind etwas ein bisschen härter es fühlt sich nur so ein bisschen weicher an schön einmal hier mit seinem witzigen beinchen hier auch dieser diese strumpfhose die er ja an hat und da hinten ja das ist so ein anders gesteckt das sieht man schon und auch hier oben mit den haaren das finde ich auch sehr nett wie da so ein bisschen nicht nur so glatter kopf irgendwie ist sondern wirklich da auch die haare sich so ein bisschen kräuseln und dann kommen wir zum krümel monster mit seinen wirklich coolen augen also dieses verdrehte da dieses durch wird man schon durchgeknallt sagen naja also es passt zu ihm auf jeden fall und was hat er in der hand natürlich ein keks davon waren in der packung auch drei vier also da kann er durchaus was von nehmen der mund selber ist übrigens wenn wir mal so ein bisschen zur seite gehen tatsächlich offen da sehen wir es also aber auch nur so ansonsten eher blau also aber was soll man auch machen also so ist er eben dann berth da auch sehr schön wieder mit auch diesem offenen mund mit der zunge dazu eindeutig berth also wie man ihn kennt also auch mit diesen augenbrauen die so einmal durchgehend sind so wie ja wie berth eben also sehr schön gemacht ich wüsste nicht wie es besser sein sollte genauso ernie hier also wobei sie natürlich alle irgendwie diesen offenen mund haben aber bei ernie ist es natürlich da ist es in pflicht nicht das muss ja auch irgendwie sich dann bildlich wieder darstellen und das ist hier dann auch passiert also ja seine schöne nase die kann man leider nicht abnehmen es gibt ja irgendein sketch wo sie ja auch die nasen sich immer abnehmen lassen oder abnehmen und gegenseitig irgendwie dann austauschen so von hinten kam natürlich alle nur ein gesicht da liegt da liegt da und dann elmo und der elmo musste ich erstmal ein bisschen nachgucken den hatte ich nicht mehr so auf der reihe aber elmo ist hauptdarsteller inzwischen geworden also da mein sohn jetzt auch schon die sesamstraße anfängt zu gucken hat habe ich festgestellt der ist da eigentlich so der der hauptprotagonist inzwischen also in der deutschen version zumindest und rennt dort auch durch die gegend also vielleicht war es auch nur bei der folge die wir jetzt gesehen haben aber elmo ist einem anschein nach hat ist ins team aufgestiegen was die minifiguren angeht so das waren die minifiguren dann kommen wir jetzt zum haus und da haben wir so ein bisschen details 1 habe ich hier zum beispiel hingelegt das kochen mit ok meal da da sehen wir es das kochbuch mit sogar einem echten rezept da drin na ja gut die mengenangaben muss man sich dann denken aber sowas wird überschätzt bei solchen sachen das ist glaube ich gehört auch zu bert bert hat ja eher ausgefallene ja also seltsame hobbys da kommen wir gleich noch zu und dazu gehört glaube ich auch das buch dann haben wir hier schon mal eine schöne lampe da möchte ich mal das augenmerk darauf hängen also erst mal eins von den wenigen ecken wo tatsächlich ein print ist also das hier ist gedruckt aber das schöne ist eigentlich auch diese lampe wir machen hier mal auf kann man das da sehen hier da drin ist nämlich noch eine eine kugel die sieht man allerdings nicht aber diese kugel dieses perlbut oder was das ist also dieses edle gedämpfte das finde ich schon ganz cool von der lampe und dem straßenschild kommen wir dann zu bibos nest also da lebt der gute bibo und da sehen wir schon drin was er zum beispiel hat also ein teddy der glaube ich auch einen namen hat den ich jetzt nicht weiß und zwei rollschuhe also der kann wenn er will rollschuhe natürlich anziehen der bibo das sieht man hier auf der verpackung da hat er es nämlich genau und macht also bibo ist tatsächlich so einer den kenne ich auch noch aber der kam relativ wenig dann vor nachher in den deutschen versionen deswegen kenne ich auch sein nest nicht und ich könnte zum beispiel jetzt nicht genau sagen was das hier soll das und wagen auf so einem karton oder sowas im baum ich weiß nicht ob das ja ich würde jetzt viel raten vogelhäuschen ist es nicht da darf gern das habe ich auch nicht so richtig raus bekommen gerne mal in die kommentare geschrieben werden was das ist wenn man das als spielfunktion schon nennen will man kann den baum leicht bewegen naja gut ja dann hat er ich haben wir hier diesen elefanten den ich auch nicht namentlich jetzt beziteln könnte wir haben hier glaube ich da da kommt die post rein und das dürfte so eine art mülleimer darstellen wer den ball stream gesehen hat der weiß das coole an dem teil ist eigentlich wie die füßchen gemacht sind man könnte jetzt kritisieren und das tue ich auch dass das ding eben einfach frei flottieren da ist das hat keine noppen in dem sinne dass es irgendwo fest hingestellt wird sondern es liegt locker da aber das witzige ist eigentlich wie sind die dinger gemacht und wenn ich das hier mal aufmache sehen wir es das sind spritzen die hier die füße darstellen und das finde ich auch eine witzige idee und es wirkt ja auch wirklich wie so schöne kleine füßchen die da drunter sind das wäre eigentlich auch die ideale art glaube ich diesen laufenden koffer von der scheibenwelt darzustellen aber da bleibt ja die hoffnung noch bei der entsprechenden serie dann haben wir hier das ist glaube ich soweit jetzt nachgelesen habe der besitzer des supers der dort auf diesem dieser strichzeichnung verewigt ist auch da gibt es auch eine geschichte hinter die ich nicht wirklich kenne aus meiner jugend wir können aber immerhin hier können wir aufmachen hier da sehen wir das das soll ja bisschen genenkt also da kann er dann durch weil die hinterher hört das haus ja auf aber ja nicht die geschichte ein vogelhäuschen haben wir hier dann eine milchpackung die draußen hoffentlich zum kühlen steht das ist die wert gestern ein baustream von lukas gelernt haben die alte version eine neue die ist etwas einfacher was die grafik angeht gestaltet ist keine kuh mehr drauf das wollte man vielleicht das ja auch die veganer ihre milch bekommen was weiß ich auf jeden fall ist das hier bei mir zumindest noch die alte version mit dem alten zeichen man sieht man die neue bei mir dann auch auftaucht dann hier bei der straße immer noch mal auch so gulli deckel die damit eingebaut sind ein hydrant da finde ich auch sehr schön also dieses straßen feeling kommt gut rüber gerade diese ecke ist eigentlich schön hier auch gestaltet da sehen wir es auch also schön rund ja apropos rund runden kopf hat er hier das ist oscar in der mülltonne und dazu auch dieses sprechende herz das man glaube ich auch ist das kennt dann ein pizzakarton grüner sack das ist ja auch der weihnachtsmann wird irgendwann geht es auch irgendwie alles an die bessere also ist auch irgendwann grün reifen und oscar eben guck mal jetzt kann man oscar hier auch mal kurz rausnehmen und da sehen wir an oscar hängt eigentlich nur noch ja so namenloser grüner kopf der soll auch nur so ein grießgrämig wie immer bernd das brot in der version oscar in der mülltonne ja gut dann haben wir hier hoopers jetzt den laden den wahrscheinlich in deutschland eben weniger kennen da sehen wir schon mal was da so ein bisschen ganz interessant hier super grobi haben wir zumindest hier auf dem zeitungsausschnitt da das wäre so eine figur die glaube ich sich viele auch gewünscht hätten mich eingeschlossen den guten super grobi ja er fehlt uns wie ich finde und hier drin haben wir auch die banane da mit der ja dann wenn gewünscht er nie auch mal telefonieren könnte also high tech dann hier mal wieder ein bisschen andere art des türknaufs mit theoretisch runterdrückbar schön die markise hier auch ansonsten übrigens alles aufkleber also wenn ich nicht es erwähnt ist es aufkleber das ist nämlich keiner und über der tür hier die 123 ist auch bedruckt ansonsten vieles wie gesagt aufkleber dann gucken wir fangen wir doch hier mal an mit der mit dem was wir hier drin haben da sehen wir schon mal den verkaufsraum kleiner tisch da hinten dann was tresen da ist finde ich so ein bisschen schade was wir hier sehen ja passt natürlich für den verkaufsraum da sind ganz unterschiedliche sachen das glaube ich auch wirklich so ein gemischbaren laden neu auch hier diese bedruckte fliese mit den peanuts also mit den erdnüssen da drauf ja finde ich witzig mal sehen wann das ding uns sonst wo auftauchen wird weil das wird nicht extra nur für dieses set hier gemacht worden sein aber da hat man so ein bisschen dots wieder reaktiviert beziehungsweise recycelt also dieser dieser als einhorn macht für mich irgendwie hier bei hoopers gar keinen sinn ist aber da drin wie wir da hinten sehen und ja dann auch dieses dieser dieser regenbogen ja das ist so dass das ist wirklich so dass ich denke das ist resteverwertung ohne sinn wirklich also peanuts klein wir gut erklären natürlich eine saftflasche auch oder hier eine tüte alles gut aber ja gut wir gucken mal hier rein das ist jetzt wirklich der vorteil dieses handys was man hier quasi ja fast reintreten kann da sehen wir die kasse auch und der fünfer gut dann hier ganz interessant zwei möglichkeiten das ganze mit was anderem zu verbinden was natürlich noch nicht da ist also ob das ein hinweis darauf ist dass noch mal mehr von der sesamstraße kommt das glaube ich nicht aber wer eben dieses teil hier zumachen will der hat da glaube ich eine ganz gute chance hier kommen jetzt in die wohnung von dem krümel monster glaube ich auch deswegen liegt der keks da schön gemütlich mit dem stuhl und diesem kleinen fußhocker die älteren erinnern sich noch was das ist das sind nämlich video kassetten zwei die hier sind dann dieser reporter auf dem fernseher leider eben auch nur als aufkleber und graf zahl er ist immerhin da aber als aufkleber hier gab es gestern verwirrung beim bauen warum erst die platte drauf gemacht wird und dann dass der aufkleber das macht aber sinn weil man sonst genau gucken muss wo ist denn hier oben und unten weil das ding ist hier nicht drehbar das hängt fester und das heißt erst ran machen damit man auch weiß wo oben und unten ist da haben wir dann noch irgendwie so eine kleine statue da hinten fröschchen könnte ich jetzt nicht einsortieren auch nicht woher dieser orangene eiswagen jetzt kommt was der soll und eine vase da hatten wir gestern erst gemutmaß das könnten klo sein nehmen ich glaube das ist eine vase nur ohne inhalt und oben ja noch ein bisschen was drumherum da die klimaanlage der lüftung die da immerhin auch so reingeht ja und hier noch so eine fledermaus so dann kommen wir hier noch mal zum eingang hier so diese diamantteile das finde ich auch ganz interessant die allerdings sehr beige beziehungsweise nicht beige aber sehr sehr dröge so ein bisschen sind also nicht wirklich glänzen aber vielleicht muss das an der stelle auch nicht wir fanden gestern dass man je nachdem wie man gebaut hat da in diese lücke unangenehm bisschen reingucken kann das ja ansonsten schönes ornament was da drüber ist aber diese lücke da finde ich die stört ein wenig ja die fenster alle offen ich glaube das ist aber auch der story geschuldet weil die ja dann auch raus gucken aus der aus den fenstern und sich mit den draußen unterhalten deswegen müssen die fenster ja auf sein das sind diese die man hoch schiebt in amerika können wir glaube ich hier bei uns gar nicht so wirklich ja hier oben haben wir dann die tauben die weißen tauben sind möwen nein also es sind tauben die hier dabei sind das ist wiederum bert geschuldet mit seinem hobby taubenzucht da hat man gestern auch gefragt sind das neue oder nicht aber da haben wir sie die tauben da ist glaube ich auch der taubenschlag mit einer antenne drauf und das hier ist ein ufo das hier dabei ist naja gut da sind es gibt ja auch in der serie so zwei glaube sind diese handpuppen oder diese hat diese aussehen wie komme ich auch gleich noch mal auf ein bild die so aussehen wie wie so socken die man sich über die hände gezogen hat die kommen glaube ich mit dem ufo das ufo also drin dann hier oben noch die möglichkeit mal dampf abzulassen genau dann drehen wir jetzt mal weiter und dann kommen wir gleich noch zum innenbereich ohne dass uns hier was umfällt hupers hat immerhin auch noch mal hier man kann auch draußen essen sehen wir da da sehen wir auch noch mal bei dieser kasse das ist so bei diesen alten kasten gewesen dass man da an der seite wenn man wenn man die vorne die schublade aufmachen wollte dann so so ein hebel runter zog das hatte noch wirklich was dieser kassiervorgang dann ja schöne auf nicht aufgedruckten schön wäre es nicht geklebte tischdecke ein stuhl einsamer einfacher einsamer stuhl eine lampe drüber und hier immerhin dies mädel kenne ich nicht keine ahnung wer das ist aber schöner das finde ich immer wieder süß hier noch ein weiterer ähnlich gebauter vogelkasten aber das blumenmeer da unten mit auch ich glaube das ist wahrscheinlich irgendwie so eine zauberin was weiß ich also das ist die elf trifft friends ecke gefühlt hier mit auch da unten also nett gestaltet aber ja kann ich nicht einsortieren dann eine feuerleiter die können wir auch hier wenn wir wollen ein und ausklappen mit auch hier die kenne ich wieder biff und salis diese handwerker die habe ich auch schon mal gesehen und dann ist sogar ein kleiner blumenkasten hier an der seite so da geht mir schon der blumenkasten einer flöten jetzt gucken wir rein ins haupthaus und da sehen wir hier unten elmus wohnung da finde ich sehr schön diese eisenbahn wie sie da theoretisch unter dem bett durchfährt so wie sie jetzt gebaut ist schiebt sie eigentlich das ganze bett eher weg aber theoretisch ist da die eisenbahn und die da mit schienen da sieht man es auch vermeintlich und daneben dargestellt ist schöne große eisenbahn gebaut interessant auch gebaut finde ich man sie erkennt schön dass eine eisenbahn ist aber ja natürlich kurzenmäßig kommt gar nicht hin dieser fisch der hat auch einen namen also der kommt in der serie auch vor dann haben wir noch eine rakete wenn die saturn 5 nicht braucht der hat sie hier wenigstens die haben in der art aber auch schon als weihnachtsgeschenke glaube ich in anderen sets gehabt dann hier der hose der wohl mit elmo auch zu tun hat und dann gucken wir jetzt hier telefon und da sehen wir jetzt nämlich auch da sind sie diese beiden außerirdischen das erinnert mich doch sie kommt alles wieder hoch dann und da oben was haben wir da so eine glocke also das ist eigentlich so eine alarmglocke glaube ich wobei die schlegel gemacht sind aus kirchen Die sind da angesetzt. Die sieht man da. Klar, Tür kann man öffnen. Schubladen können wir rausziehen. Da ist allerdings nichts drin. So, dann noch ein paar Bilder da hinten. Alles natürlich als Aufkleber. Da haben wir nochmal so einen Beistelltisch mit einer Kugel. Die Kugel kann ich jetzt wieder nicht einsortieren. Aber ja, zumindest ist sie irgendwie da. Dann gucken wir hier oben. Da haben wir nochmal eine Kugel. Also jetzt sind wir nämlich in dem Zimmer von. Und das ist wahrscheinlich das für die Zuschauer am ikonischsten. Nämlich das von Ernie und Bert. Mit diesem berühmten Bild, wie es da zwischen den Betten hängt. Darunter dann eine Lampe, die schon mal für sich auch wieder spannend ist. Weil sie nämlich als Oberteil, hier sehen wir es, einen Minecraft-Kopf hat. Dieses Eckige. Das finde ich auch lustig. Ja, ein kleiner Dino. Dann kommen wir hier noch zu ein paar Hobbys von Bert. Nämlich die Büroklammersammlung haben wir hier zum Beispiel. Wie mir gestern dann von Thomas von Brickmerch erklärt wurde. Das ist wohl auch eine sehr rührende Geschichte, die damit einhergeht zwischen den beiden. Wo der eine sein Liebstes, nämlich die Büroklammern, erst weggibt beim Hoopers. Und der andere, glaube ich, sein Quietscheentchen. Und nachher alles doch wieder sich ins Gute auflöst. Fürs Weihnachtsfest. Seine Kronkorkensammlung, die haben wir hier an der Seite. Da links sehen wir es. Die Betten schön auseinander natürlich. Ein schönes Sofa. Eine eher ungewöhnliche Uhr. Die habe ich jetzt nicht mehr so drauf. Aber natürlich die Badewanne. Das geht nicht anders. Mit Noppen drin. Und das Quietscheentchen. Also, wenn irgendwas ikonisch ist, dann Quietscheentchen. Aber auch, was auch gut ist. Erstmal kann hier einen Vorhang hin dann zumachen. Natürlich nicht zumachen, aber er ist angedeutet. Und das Fenster hier ist zu. Das fand ich auch ganz witzig. Da haben wir weiße, komplett weiße Elemente drin. Ja klar, man will sich ja auch nicht beim Baden zuschauen lassen. Eine kleine Lampe da drüber noch. Und fertig ist das Zimmer von Ernie und Bert. Ja, super. Damit sind wir, glaube ich, auch einmal durch. Durchs Gesamtensemble. Wir können noch einen kleinen Gag aufzeigen. Den sehen wir nämlich. Den merkt man eigentlich erst beim Bauen, finde ich. So, warte. Den zeigen wir nämlich jetzt hier. Da können wir jetzt hier unten nämlich aufmachen. Und jetzt ist die interessante Frage, ob man es sieht. Doch, man ahnt es. Aber da komme ich selbst mit dieser Kamera nicht so richtig hin. Da unten ist nämlich eine Spinne drin. Die baut man da richtig ein. Und das Einzige, wo man sie dann erlebt, ist da durch dieses Guckfenster durch. Moment, wir nehmen jetzt mal hier. Da ist doch alles Lego. Alles möglich hier. So, kommen wir da jetzt rein. Na. Man ahnt vielleicht, da hinten ist sie. Also, das finde ich einen witzigen Gag. Also, man muss es quasi wissen. Aber dann passt es. Also, es ist ein Kellerraum, der eben schön mit Spinnenweben durchzogen ist. Also, eine große Spinnenwebe. Und dazu dann die Spinne. So. Ja. Damit sind wir durch. Irgendwo soll noch der Wurm sein. Da ist jetzt bei mir irgendwie hier nicht der Wurm drin. Wo der ist, weiß ich nicht. Der aus der Geschichte ist. Und es gibt sicherlich noch viele, viele weitere Anspielungen, die ich jetzt einfach in Ermangelung auch der amerikanischen Serie und meiner Kenntnis darüber nicht weiter beschreiben kann. Aber es ist ein Quell der Freude, was das Wiedererkennen ist. Und damit kommen wir auch gleich schon zur Wertung. Allerdings, ganz kurz nochmal einen Blick in die Anleitung. Da ist sie, die Anleitung. Wer will, kriegt sie auch auf Deutsch im Internet. Hier abgedruckt ist sie erstmal auf Englisch. Da sehen wir auch die Protagonisten mit ihren Lieblingssachen in der Hand. Keks, Taube, der Fisch oder auch der Teddybär. Und dann gibt es ein bisschen was an Originalinfos. Allerdings relativ wenig. Also es fehlen leider Infos, wie wir es ja bei anderen Sets schon hatten, zu den einzelnen Details. Es sind allgemeine Sachen. Hier die Sesamstraße, immerhin nochmal ein Bild von den Originalen, so wie sie in Wirklichkeit aussehen. Hier haben wir jetzt Oskar in der Tonne. Nochmal den Vergleich. Oskar als Figur, der sehr wohnenkugelmäßig rüberkommt. Da kommt dieses Flauschige, finde ich, bei ihm nicht ganz so rüber. Was bei Bibo allerdings ganz gut gelöst ist. Bei den anderen beiden auch wieder. Die kommen ja sehr glatt rüber. Geht aber noch, weil sie zumindest ein bisschen Haare bei Elmo angedeutet sind. Bei ihm auch. Also Oskar ist mir da dann doch ein Tick zu glatte Bowlingkugel. Ein bisschen was an den sonstigen Hinunter. Da wäre Ivan Guero. Das ist der, der das Fan-Modell gebaut hat. Und dann nochmal die Lego-Designer. Und dann wird auch schon gebaut. Also dann sieht man die Anspielungen oder die Hinweise. Was soll das denn jeweils? Und wenn es nur ein Teil davon wäre, das fehlt leider so gut wie komplett. Das finde ich schade. Das hätte ich gerne gehabt. Gerade für vielleicht Fans, die wie wir ja nur einen Teil des Ganzen erleben, weil wir ja eine deutsche NDR-Version dann haben. Ja, schade. Immer ganz witzig, dass wir hier diese Ideas-Werbung dann auch mit Ernie und Bert noch garniert haben. Naja, sehr kleiner Gag. So, Sesamstraße. So, dann können wir mal zur Entwertung. Grundsätzlich ist es natürlich Nostalgie pur. Was man übrigens nicht machen kann, ist gemeinsam großartig bauen. Also, dass man jetzt denkt, zu Weihnachten, schön, Sesamstraße, Kinder kennst, Eltern kennst, also bauen wir doch zusammen. Es ist eben nicht so wie bei einem Bundulhaus, dass man einfach, einer baut das obere Stockwerk, der das andere und der dritte dies hier. Nee, das wird direkt drauf gesetzt und damit ist so ein gemeinsames Bauen. Vielleicht ging es bei dem hier noch mit ein bisschen Möglichkeiten, aber nee. Also, es ist leider darauf gar nicht ausgelegt, sondern eigentlich baut es einer und baut es dann von unten nach oben auf. Es gibt auch kleinere Farbabweichungen. Die haben wir hier unten. Bei dem Grün sieht man es jetzt bei dem hier so ein bisschen vielleicht. Jetzt erkennt man es je nach Licht gerade nicht. Das Beige, finde ich, ist bei mir zumindest durchgängig eigentlich mit kleineren, aber also wirklich minimalsten Abweichungen. Bei dem Grün hier unten, bei da, wo die Knaufe sind, bei den Teilen, da bei den Jumperplates, glaube ich, sind das, da hat man das schon ein bisschen. Aber das fällt, finde ich, bei dem Set, wenn man nicht, also eigentlich nicht wirklich auf. Aber ich wollte es zumindest kurz erwähnt haben. Ansonsten, das, was das Set natürlich vor allem ausmacht, sind die Minifiguren auch. Also, die sind richtig klasse, außer Oskar, der mir einfach ein bisschen zu glatt ist. Und, ja, die vielen, vielen Anspielungen, die allerdings viel auch durch die Aufkleber dann erstellt sind. Und durch Aufkleber leider eben auch Figuren, die noch im Ursprungsentwurf dabei waren. Kraftzahl, Grobi, die fehlen mir einfach. Also, das ist schade, dass zumindest die beiden nicht dabei sind. Aber das ist leider dem geschuldet, dass es, ja, natürlich, es ist dadurch auch deutlich günstiger sicherlich. Also, die Minifiguren weiß ich nicht, ob es das sind. Aber es sind ja deutlich weniger als die Hälfte der Teile als der Ursprungsentwurf. Der wäre größer gewesen, auch mehr geschlossener. Da haben sie versucht, in das kleinere Modell, was dann ja vielleicht auch mehr Leute auch anspricht, die sich sagen, dieses Jahr waren es mir eigentlich genug 200 und x Sets, die Euro, die ich kaufen müsste, dass, ich glaube, das zumindest die richtige Entscheidung war. Da jetzt nicht so ein Riesenset draus zu machen, sondern dadurch auch mehr Leute noch auf die Idee kommen, die so ein bisschen noch Nostalgie haben, aber nicht dafür 300 Euro ausgegeben oder 400 vielleicht sogar ausgegeben haben bei dem Riesenmodell, dass die damit noch gewonnen werden. Und damit, glaube ich, wirklich auch sich freuen, wenn sie es bauen, an vieles wieder erinnert zu werden. So hatten wir es gestern auch bei dem Live-Building. Nichtsdestotrotz finde ich eben diesen Teil hier auch zu offen. Also, wenn man das so als, ja klar, wenn man so aus diesem Winkel guckt, geht es gerade. Aber je mehr man so direkt von vorne guckt, ist das einfach, ja, wie so ein halbfertiges, wir sind einfach nicht fertig geworden oder was. Also, so eine Baustelle. Das bedauere ich gerade. Natürlich, die Interreihen sind wieder cool, ein bisschen eng da, aber gut, das ist der Größe natürlich auch geschuldet. Und dann, ja, ist es natürlich cool, dass das Zimmer auch von Ernie und Bert so nett gestaltet ist. Was wir gestern im Video auch hatten, war, dass einige der Mitbauer so ein bisschen zerkratzte Scheiben hatten. Man sieht hier, die sind bei mir völlig okay, aber eine zerkratzte hatte ich auch. Da sieht man, da, wenn man das so ein bisschen im Winkel sieht, da jetzt, die rechte, die hat auch so einen Kratzer. Ja, das ist, ja, ist die Frage, wo man sie dann hinsetzt, die Scheibe. Ich habe sie hier so an die Seite gesetzt, das war aber bei mir Zufall gerade auch. Aber es ist, ja, kann sein, dass es sich irgendwie anders durch Transport nicht machen lässt, weil die dann aneinander schaben und sich dann dieses Material da auch einfach, ja, so eine Kratzer zeigen. Wenn es eine ist, kann man es vielleicht ja eben noch irgendwo verbergen. Wenn es mehrere betrifft, ist das schon auch dann wieder schade. Kann ich nicht wirklich einschätzen, aber ob das nicht schon immer so war. Ja, aber ich wollte auch hier darauf hinweisen, dass man da vielleicht mal einen Blick hat. Der Customer Service von Lego wird sowas aber, glaube ich, wenn man das dann hat, auch austauschen. Also da muss man sich dann hinmelden und dann kriegt man, glaube ich, auch eine neue Scheibe. Da wäre ich mir ziemlich sicher, die sind da eigentlich sehr kulant. Kulant ist gut gesagt, ist ja auch ein Mangel, das dann auszutauschen. Was auch oft fiel, wenn man das jetzt hier mal so ein bisschen hoch macht, dass es unten so ein bisschen bunt ist. Also das ist fürs Bauen natürlich etwas einfacher, weil man dann besser erkennen kann, wo was hin soll. Gerade diese Platten, die da mitten reingedrückt werden sollen, kann man dann eigentlich ganz gut erkennen. Ich glaube, ja, ein dunkleres Grau wäre jetzt auch getan. Aber das ist mir nun völlig egal hier unten, weil das sieht man so gar nicht, weil es einfach nur für die Festigkeit ist, wenn es steht. Und das Ding hebt ja keiner an. Also das ist nun wirklich für mich zumindest gar kein Mangel. Dass es hier hinten dann allerdings natürlich auch bunter wird, da sehen wir es. Das ist, glaube ich, dann allerdings wieder der Geschichte als solches geschuldet, dass das da natürlich kindergemäß vieles bunt ist, ohne es jetzt genau vergleichen zu können. Aber da würde ich sagen, das gehört dann auch dazu und so soll es wahrscheinlich dann auch wirklich sein. Dass auch noch viele kleinere Details dabei sind, wie zum Beispiel das UFO, das Buch und die Quietscheente und, und, und. Und ja, also so ein bisschen, ja, bin ich hin und her gerissen. Also ich habe es auf jeden Fall nicht bereut. Ich fand es auch lustig zu bauen. Also es macht auch Spaß. Und ich sage ja, dieses Wiedererkennen macht richtig Spaß. Und es ist auch etwas, wo ich denke, ja, das kann man sich auch erst mal hinstellen. Aber da gibt es Sets, die ich mir lieber irgendwo hinstelle, weil es einfach optisch mehr hermacht als dieses zwischen halbfertig und von vorne. Eine Kulisse für mich natürlich als Deutscher dann auch, mit der ich dann ein bisschen jetzt verbinde, weil ich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, ein paar YouTube-Videos mal wieder geguckt habe dazu. Aber es natürlich nicht ganz diese Bedeutung hat, wie es bei anderen Sets, glaube ich, dann auch der Fall ist. So, ja, was denkt ihr? Was ist eure Meinung zu dem Set? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, und, ja, dann geht es ja hopp, holla hopp. Also dann kommt ja demnächst schon Act to One und und und. Also das Jahr ist ja immer noch nicht zu Ende. Ja, lassen wir uns überraschen. Wir sehen uns, wir hören uns. Bis bald dann und tschüss. Ergänzung am Morgen danach. Mein Sohn spielt übrigens schon stundenlang mit diesem Set hier. Und das zum Thema 18+. Wie gefällt dir das Set? Chemie. Bitte was? Cool. Cool. Was findest du am coolsten? Alle. Ist das ein Set nur für Erwachsene oder dürfen auch Kinder damit spielen? Ja, dürfen auch Kinder damit spielen. Super, ja. Ja, da sieht man mal ganz andere Varianten. Auch Oskar hat inzwischen übrigens ein Unterleib bekommen. Wo hast du ihn? Irgendwo hattest du ihn doch irgendwo... Ach nee, da hast du ihn wieder zurückgebaut. Aber wie gesagt, da wird heute den ganzen Tag schon mitgespielt. Das ist eigentlich ein cooles Set für die ganze Familie. Schade, dass man es eben nicht zusammenbauen kann. Also, na gut. Das noch ganz kurzer Ergänzung und kleiner Einblick in unser Wohnzimmer. Und was machst du jetzt? Ach, jetzt kriegt Oskar da. Jetzt haben wir ja... Wie sieht er aus mit... Wir enthüllen. Wie sieht Oskar aus, wenn er ein Unterleib hat? Er wird blau. Na gut, das ist das Krümelmonster. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017